Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey! Yo, wir hatten im letzten Kampf einen Fight mit Bowser! Ja, hoch über den Wolken. Wir haben zwei gewonnen. Aber trotzdem hat er immer noch die Oberhand und hat unser Raumschiff in die Tiefe stürzen lassen. Nun sind wir hier irgendwo in den Tropen gelandet. Sieht auf jeden Fall noch aus, aber irgendwie sieht es auch ganz schön komisch aus. Hilfe! Äh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein! Die Odyssee ist wahrscheinlich so gerichtet. Wir brauchen Powerbund, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit! Ja, gut. Auf jeden Fall ist ein dichter dichter Wald hier. Sehr giftiges Wasser, so wegschwimmen ist ja auch keine Lösung, so wie es aussieht. Und ja, es gibt auch zehn Monde. Also mindestens zehn Monde müssen wir finden, laut oben links die Anzeige. Okay. Aber schöne Atmosphäre hier. Da hinten ist ein Mond. Oh, die sind golden. Nice. Wie ich da hinkommen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Blas und Schimmer. So, vielleicht sind hier irgendwo noch ein paar Münzen, die ich gerne mitnehmen möchte. Aber ich finde momentan keiner. Das ist sehr, sehr schlecht. Dann halt nicht. Gut. Die Odyssee braucht noch zehn. Ja, es ist klar. Das wissen wir ja schon. Okay. Vögel hört man hier. Vielleicht können wir hier rumfliegen mit dem Vogel. Wer weiß? Ich habe schon einmal die Möglichkeit gehabt, aber... Ja, ich habe die nicht genutzt in der Wüste nämlich. Weil ich so lange auf den Vogel warten müssen und... Wohin ein Vogel, der Vogel. Oh, so lange warte ich doch nicht. Ah, ja, die sind vorher meine ich so auch. Ah, der hat meinen Hut. Ja, stimmt. Ich war ja damals in Super Mario 64 auch so, dass die Vögel unsere Hüte klauen. Jetzt ist es auch hier so. Oh, shit. Arie, du stehst hier ohne Hut. Die Y-Taste kann jetzt in gar nichts. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay, das heißt, wir müssen unseren Hut retten. Das sind unseren Hut retten. Erdeckt man auch nicht alle Tage, dass man seinen Hut retten muss, aber gut. Ihr passt ja auch der Vorschatzanzug immer noch. Nice. Blumen als Münzen. Wir hatten es schon Zahnräder. Jetzt haben wir Blumen. So, hier komme ich doch rauf. Muss ich irgendwie eine Stammwattacke ausgehen, aber ich weiß nicht warum. Ich höre hier auch irgendwas. Nee, da brauche ich keine Stamm. Hier. Ja, gut, Sophie hat das jetzt nichts gebracht. Da ist ein Mond drin, aber da komme ich nicht rein. Das ist unfair. Ah, ja, ich weiß glaube, was ich machen muss. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Verschreit hier so, fürchterlich. Bist du das? Hilfe. Jetzt kann ich hier auch nicht zerstören. Okay. So, wir müssen erstmal hier das nach unten bewegen, dass wir hier reinkommen. Haben wir nun unseren ersten Mond. Im Steinkäfig. Gut, dann stehe ich nochmal hoch. Weil darum gab es bestimmt noch irgendwas. Das will ich ja hier nicht auslassen, ist ja klar. Ich muss jetzt auch mit der Stammattacke arbeiten. Diese Dinger hier reinzukriegen, was aber nichts macht. Ey, hier kommt wegen des Münzen, die ich einsammeln kann. Gut, aber was seid ihr für Fischerseite Gegner? Sieht es dann aus? Oh, shit, den Stachel habe ich gar nicht gesehen. Mariet, du kannst nicht schlagen, zufällig. Nee, shit. Dann haben wir ein Problem. Wir können gegen diese Gegner nichts anrichten. Das ist wirklich doof. Hier scheint ein Stern drinnen zu sein, aber können wir leider auch nichts mitmachen. Also können wir auch noch nicht holen, ohne Hut. Und hier ist ein Rätsel. Ich mag Rätsel. Hier auch. Okay. Ah, okay, Rätsel gelöst. Ging schneller als ich dachte. Ich dachte, es wäre schwerer. Aber vielleicht hatte ich da jetzt auch einfach nur Glück. Kann ja sein. Jo. Da ist es auch unsere Mütze. Aber da unten ging es da auch noch weiter. Hier ist ein versteckter Mond. Doll. Jetzt haben wir stehen mal schnell ein. Unter dem Klippenrand. Gut. Aber woanders ging es da noch lang. Und zwar da. Zur rechten Zeit war auch nicht so doch da. Mit Münzen. Ich weiß nicht, ob es da war. Da kann es nicht weitergehen, weil es war ja kein Check. Also hier ist ja kein Checkpoint. Das ist ja komische Viecher. Weil ich auch noch nie erlebt. Da muss der Weitsprung gekonnt sein. Alter. Hier rutscht man aber ganz schön. Uh, die Münzen da sind sehr, sehr fies. Wir haben es geschafft. Gut. Dann mal bitte Kamera ausrichten. Weiter geht das. Jetzt mal den Weitsprung, weil es ist ein super Zeitpunkt. Ich finde. So gibt es hier sonst... Da ist auch weiter, lol. Das sind noch mal ein paar Münzen. Ich gerne haben möchte. Also nicht die da unten, sondern da oben. Ich bin jetzt nur so ein bisschen verwirrt, wo es lang geht. Ich gehe erst mal ruhig hier weiter unten lang. So. Hier drauf und hier rüber. Gut. Oh, hier ist... Geht. Also soweit scheint es hier nicht mehr zu gehen. Zumal ich hier auch noch... Ach, hier müssen wir eh mit dem Hut hin. Da reinzukommen. Schade. Da gibt es kein eigener... Ah ja, ich weiß. Okay, okay. Wir haben leider die Zielflagge viel zu früh aktiviert. Das heißt, wir dürfen nicht sterben. Oh. Stimmt. Okay, wir dürfen sterben. Okay. Ich habe das falsche gesagt. Aber... Wir müssen dann... Wir dürfen nachher, wenn... Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir die Zielflagge aktiviert hätten, dann dürfen wir nicht sterben. So. Hab mich falsch ausgedrückt. Sorry dafür. So, jetzt sind natürlich die ganzen Gegner wieder da. Na gut, waren sie vorher auch schon. Aber okay. Braucht ihr mal das ganze Münzen wieder da. So, wo geht es jetzt hier weiter? Da geht es doch. Ich bin doch doof. Ich bin so doof, Mensch. Ey, langsam reizt hier. Ähm, ich möchte nichts sagen. Das ist... Das ist keine Absicht. Damit das klar ist. Das ist keine Absicht. So. Kamera richtig. So. War Mario. Und schnell zurück. Schnell zurück. Nein. Nein. Mann. Scheiße, ey. Ich bin jetzt so ein bisschen unfair hier. Zumal ich hätte hier noch gar nicht hingebottet. Warum macht ihr jetzt eine Stampfattacke statt einen Waldpunkt, ey? Bestimmt, weil ich das so spät gedrückt habe. So. Jetzt aber. So, wir nehmen einen kleinen Fehler. Lassen wir uns hier nochmal ein bisschen Zeit. Springen hier rüber. Lassen wir uns wieder ein bisschen Zeit. Springen hier rüber. Lassen wir uns ein bisschen Zeit. Hier rüber. Oh, das war knapp. Eigentlich wollte ich einen Weitsprung ausbinden. Aber warum wird Mario nicht reagiert? So, jetzt gehe ich hier schön außenrum. Hier hoch. Und gehe hier so lang. Dude. Könnte Tiro sich die von Stangen. Die mache ich auch. So. Du da. Ja, lass ich ruhig dann wieder. Aber jetzt habe ich dich. Endlich habe ich meinen Hut wieder. Endlich habe ich meinen Hut wieder. Ah, danke für die Rettung. Das war ganz lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem Einmal. Na egal, lassen wir uns ohne suchen. So, jetzt haben wir auch endlich unseren schönen Hut wieder. Wir können bestimmt mit diesen Viechern hier was anfangen. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Mit L und Y können wir uns strecken. Nice. Ist ja nice. Cool Idee. Weil wir so viel Zeug damit holen können. Aber man muss auch aufpassen, dass man an der richtigen Stelle Y loslässt. Das hat man den Salat. Dann fliegt man runter. Okay. Ich glaube, da ist ein Germond. Hier so viele Kinder sind. So. Ich gehe auch gleich hier wieder rein, weil... Na gut, das kann ich gerade nicht. Ich glaube, wir brauchen den... Dieses Fisch sowieso erst mal nicht mehr. Oh, man kann es nicht töten. Okay. Okay. Obwohl ich da erkennt, wenn man es noch nicht braucht, gehen wir jetzt mal hier hin. Und dann hier hin. Okay. Und hier raus. Nächster Mond. So muss das sein. Dann haben wir schon fünf Monate. Okay. Da hebt es noch was. Hier hole ich mir doch glatt. Wir haben die Elfte am Runde gesammelt. Genau. Das stimmt. So. Da ist. Da unten sind auch nur solche Münzen. So viele Münzen. So. Theoretisch könnte ich da jetzt auch rund... Aber ich weiß immer noch nicht, wo es wirklich weitergeht. Ich bleibe erst mal hier. Oh, das sind auch noch Münzen. Ich kann ja mal auf die Karte schauen. Karte, oh nee. Ich war hier. Wir haben zwei Ziele hier sogar. Noll. Was? Was? Was mache ich jetzt? Ich habe aus Versehen nahe gedrückt. Ich wollte eigentlich nicht. Ach so. Nice. Wir können hier umspringen. Okay. Dann geht es hier jetzt. Ah, hier ist der Eingang. Okay. Ah, diese Plattform, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. Aber egal. Gut, den Mond haben wir. Nice. Du siehst in der Wand. Ja. Aber wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich gehe lieber um. Ist mir ein Daumen sind zu gefährlich. Gut, dann wäre das ja erledigt und da gibt es dann wahrscheinlich auch nur noch einen Mond. Aber das habe ich total vergessen, dass man zu den ganzen Monden hinspringen kann. So, jetzt will ich hier rein. Es geht ja dann noch weiter. Zwei hier. Oh. Da muss man das wie folgt machen. Muss ich hier. Oh, hier. Hier auf. Genau. Umdrehen. Hier hin. Anschließend auf diese Plattform hier. Gut. Gut. Gut, dann ist das auch erledigt und wir können jetzt endgültig zurück. Äh, wüsst ihr was, wenn es diese Teleporter schon gibt? Nämlich natürlich den Teleporter, ist ja klar. Ach, Mist. So, da ist der Shop, da ist der Papagei, da ist die Odyssey. Aber sehr cool, dass man sich so dynamisch herum fortbewegen kann. Okay, wurde uns auch schon mal erklärt, das gebe ich zu. Aber ich habe das, ehrlich gesagt, wirklich komplett vergessen. Naja, egal. So, dringend sind Münzen, aber das interessiert mich nicht. Mein Fuß ist eingeschlafen, also ist extrem ungemütlich. Bis jetzt, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, und es gab ja da noch einen Weg, also von daher, brauche ich einfach da mal nach. Und zwar da geht es nämlich noch lang. Komm, geh mal da rüber. Wir gehen hier mal hin. Ja gut, da muss ich, das Fisch eh f... Lol. Lol. Autsch, da kommt ja gleich neun raus. Ja, klasse. Warte. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Mann! Scheiße, ey. Herz, Simone, sind ein Glück nur geholt, also brauche ich nicht noch mal darunter, aber trotzdem ist das jetzt ein bisschen fies. Da habe ich gesagt, ein bisschen fies. Ah, Mann. Und zwar ist der mir ein bisschen zu schnell bei der Sache. Ich versuche immer rechtzeitig auszuweichen, aber, warte, bin ich das Oma. Ach, ist so einfach. Ja, wir hatten noch mehr solche Blöcke. Da, da machen wir einfach mal so. Nice. Erzählen für mich. Und zwar Münzen, wie viele Münzen gibt es eigentlich 50? Okay. Oh, mein Blöckerfuss, der ist komplett eingeschlafen. So, erst mal, dass du hier überhaupt wegkommst, dass ich hierhin kann. Händen gibt es mich den nächsten Mond. Nice. Ach, muss ich nochmal. Gut, dann nochmal. Perfekt. So richtig ausweichend ist da, glaube ich, gar nicht möglich. Auch Katze Mario. Sehr schönes Easter Egg. Gefällt mir. Hier wissen wir, hier kommt immer ein Mond raus. Da ist ja auch ein ungeplanter Aufenthalt. Es kann es wirklich sein, dass wir hier gar keinen Bosskampf, wo auch kein so wirkliches Ziel haben, außer die 10 Monde sammeln. Da haben wir mir auch nichts als Ziel angezeigt. So was passiert da jetzt? Ah, war auf Zeit. Solche Zeitspielchen kann man ja natürlich auch aus den anderen Mario spielen. Ah, das Wandsprung ist eigentlich relativ einfach. Oh, Tauut. Und hier ist der Lahn. Und der nächste Speicherpunkt. Nice. Wir wissen, du. Aber erst mal schaue ich hier nach. Ah, oh Mario, ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen. Ob ich auf Erkunfts-Tour bin? Nein, ich habe einen Job geöffnet. Die Location ist hier unschlagbar, oder? Komm da rein und ziehe dich in aller Ruhe um. Ja, aber wirst du auch hier Kunden haben? Außer ich jetzt mal so zwindeutsch, nur weil ich hier eine Bruchschlandung hatte? Hm. Schau mir das Angebot auf jeden Fall mal an. Es gibt auf jeden Fall ein weiteres, ein weiterer Mond. Den nehme ich natürlich an mich. Haben wir den nächsten Mond. Das heißt, es fehlt nur noch ein Mond bis zum Ziel, bis wir hier geniegt haben. So, gab es da sonst noch irgendwas? Nein, will ich jetzt nicht. Ja, gut. Das andere Zeug. Was brauche ich jetzt nicht? Aber hier gibt es bestimmt was, was zu dieser Location hier passt. Pflegermütze, Pflegeroutfit, ja. Auf jeden Fall kaufe ich mir das und ziehe es gleich an. So, jetzt umziehen natürlich, ist ja klar. Und dann das hier auch noch. Jetzt muss er natürlich einheitlich sein. Von daher, wir müssen gleich beides kaufen. Wir könnten theoretisch noch das hier kaufen. Oder das hier. Aber nö. Vielleicht eines Tages, wenn wir alle Münzen haben. Jetzt, so sieht es jetzt in Mario aus. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus und sprechen mal mit dem Vogel. Mal sehen, was der hat. Für uns. Zuerst mal hier die Münzen einsammeln. Wenn die schon so auf mich zukommen, warum nicht? Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hinabzusägeln. Dieses Fleckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Ah, drück- und behalte B zum zu gleiten. Okay, nice. Bin aber so ein bisschen überfreit. Ich weiß nicht, ob ich nicht woanders irgendwie hinfliegen sollte. Moment. Ich gehe hier nochmal raus. Weil da sehe ich auf jeden Fall was. Was wir noch nicht eingesammelt haben. Das war ein Mond. Und... Waren wir generell hier schon? Nein, das ist hier generell... Captain Tote ist wir schon. Oh. Hier ist auch der Vogel. Gehen wir erstmal da zum... Wo's... Oh, Katzenpeach. Wo's geglitzert hat. Denn da ist auf jeden Fall... Ein Mond. Jetzt müssen wir dann nur noch drüber balancieren. Hallo? Der Schmetterlinke ist wieder weg. Das finde ich jetzt aber unfair. Hallo? Ah, so geht's doch. Jetzt wieder da hin. Wieder da hin. Nicht runterfallen. Wenn ich hier runterfallen würde, das wäre ein bisschen bitter. Aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil wir können uns ja porten. Das... 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 Das spart schon eine Menge Frust, muss ich sagen, wenn ich darüber so nachdenke. Die überall sind auch Münzen, die wir nicht eingesammelt haben. So, wir haben zwar Alumone, die wir brauchen, aber... Nö, ich gehe jetzt hier erstmal rein. Gibt's ein ihr? Ah, eine Blüte hat gefehlt. Warte, jetzt... Ja, warte, wartet mal. Wartet mal. Jetzt! jetzt funktioniert wunderbar und ja an dieser stelle geht es im nächsten port weiter bis dahin